warte das bei 92 geht noch hast du kannst du das narkotik oder so lernen das habe ich schon wie macht man es und ich habe wurden foundation gelernt ah da geht es runter moment das ist das blatt extraktions blatt glaube ich oder die blutverkauf an das kann man dass ich blut abzapfen und dann kriegt man zwar anders wieder wenn man sich spitze raus keine ahnung was das damit kannst du auch irgendwie was mit den dinos machen aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher so wie waren das narkotik dazu brauche ich ich kann ja was ich habe die klamotten für dich den hut hast du schon fallen lassen ja und ich habe jetzt noch hose und wo sind die bin jetzt der zwerg mit dem hut hast du sie genommen ich habe brustschutz und hose genau der braucht obenrum nichts perfekt willst du auch sperre haben nee eher was zu essen warte ich werfe dir was zu essen her ich habe drei fleisch alle ich weiß wieso okay was ich hätte auch noch das ich habe ich habe eigentlich gedacht ich habe lagerfeuer gemacht gut sollte lagen wie sowas ja warte noch kurz zwei holz hat immer zwei holz ich habe gar kein holz ich trau dir noch mal das fleisch ich habe nämlich das ganze fleisch rausgeholt das hat sich unten in die leiste reingezogen das habe ich nicht gesehen ich habe es doch gesagt da ist genug fleisch aber 13 mal er ist fast zur hälfte getamed aber ich brauche jetzt ein arschwolle narko bären ja was brauchst du für das narkotik das musst du auch was bringen oder vergammeltes fleisch und narko bären vergammeltes fleisch habe ich ganz viel vergammeltes fleisch habe ich auch bald sehr viel ich habe sechs vergammelte fleisch ein problem mit dem vergammelten fleisch ist das verdirbt auch vergammelt vergammelt dann doppelt und wie viel narko bären brauchst du für narkotik aber erst in zehn minuten ich bin mir nicht sicher wie viel das war entweder fünf bären auf ein vergammeltes fleisch oder eins zu eins oder eins zu eins für killer er hat so gewollt geschützt hinten bei jose noch einige jubelst du beim bischen für da wo die großen dinos sind richtung was dann dauern das noch den ständigen er hat er ist fast zur hälfte alt haben wir jetzt noch mal eine stunde oder so dran ja aber hat er und zwei stunden abgemacht naja hat gemacht nicht ich hätte das ding liebend gerne in fünf minuten gehabt aber ja das hätte ich auch 20 wäre ja noch okay also wie lange brauchst du bitte bei einem t-rex ich will es nicht wissen vor allem wie viel futter brauchst du bei dem und ich könnte wette da gibt es ganz spezielle möglichkeiten wie du die viecher noch schneller hoch bringen kannst das glaube ich aber auch ja mit bestimmten narkotik oder vielleicht gibt es später auch cremes oder sowas das kann wirklich gut sein und vor allem was ich jetzt zum beispiel noch weiß falls du sie vom hunger her fast komplett runter gehen lässt und dann auf einmal vollfutterst in dem haus wir sind es freien drei tage oder über nacht nivea willen frei über nacht die neue creme das so und die alle keine freunde barry aber ich gehe schon mal zum kino und drück dem alles rein Er hat sogar einen Herd, wenn ich das richtig gelesen habe Was? Einen Herd Herd ist wichtig Ja, aber mit so fremden Leuten Ich würde es ihm gerne anbieten, wenn ich allein spiele Aber in der Gruppe, wenn wir uns was aufbauen Und er ist ein Spacko Und macht dann alles kaputt, ist halt Kacke Ja, du kannst das aber dann halt auch so machen Von wegen nur als Nachbarn Ja, aber dann macht es ja nichts Sinn In den Tribe einzuladen Weil dann hat er ja alles Auf alles von uns zugreifen Jo, hast du Sperre? Dann glaube ich dir mal welche Weil ich bin zu fett Wie viele Narcobieren habt ihr? Ich habe neun Okay, drück sie in den Dino rein Jo, bist du vor mir? Ich habe 15 Bist du bei mir? Keine Ahnung, ich glaube, du bist die beim Dino Ja, ich komme nicht mal zum Dino Wir müssen demnächst auch wieder jagen gehen, ne? Wir haben noch Fleisch Miete liegt bei zwei Raptoren die Nacht Geschlachtet und mich gezämmt Boah, wie es einfach ruckelt immer noch, dieses Spiel ist der Hammer Ja, ich habe nicht gedacht, wie viel Ressourcen das schluckt noch Jo, komm mal zum Dino gleich Alter, wenn wir den gezähnt haben, das ist richtig nice Ich habe mir mal das letzte Fleisch rausgeholt, noch drei Stück Ah jo, ich droppe es dir Viel Stück Danke sehr Ich tue mal noch ein bisschen Fleisch in die Kiste Fleisch, Fleisch, Fleisch Ach, das geht doch nicht Wer darfst du genug? Nee, du brauchst nur Narcobieren Nimm doch Ach, jetzt ist die Kiste auch schon voll Sie sind alle voll, ja Alles klar, ich mache noch eine Kiste Äh, ja, von den Bären habe ich genug Und später soll es glaube ich auch noch Naja, vielleicht nicht los Zwei Holz, weil das mache ich mit dem Feuer Moment gleich Zwei Holz vielleicht in der Kiste Kein Wut Ich brauche auch Wut für die Kiste Okay, dann such dir dann einen Eignis-Tag Ich bin fest Jetzt Ja, Starving, Alter, what the fuck Wer? Ja, ich muss noch ein bisschen Fleisch aufnehmen Wer von euch hat gepfiffen? Ich Kann sogar unter Wasser Weißt du gepfiffen? Ja Oh, jawohl 60% Oh, da steht wieder ein Baum in der Luft Ich sehe ihn Dritte Kiste ist in Arbeit Wollen wir mal das Schwein enthüten? Jo, Moment Du hast die Sperre jetzt schon, oder? Ja Du vorne, ich hinten Andersrum Andersrum Nice So, der ist gleich bei der Hälfte in Gaming Alter, wie viel hast du bekommen? Stiefel Stiefel, kreis Sechs Fleisch habe ich bekommen Ich habe elf Fleisch und sieben Heid Was bei euch denn jetzt für Riepern? Hast du Flint? Äh, vier habe ich Flint Wollen wir es mir die mal geben? Ich jobse ja auch mal das Fleisch jetzt, okay? Ja, äh Komm her Ja, und das Heid Hab ich dir auch getobt Ja, ja Kann ich nämlich meine Axtiere pern? Ähm, ganz ehrlich Ja In den Viechern halten sich die Bären ewig Ja Ich weiß, das Essen auch Das ist ja so wichtig, dass wir irgendwas bekommen Auf dem wir Mit dem wir rumreiten können Oder was zumindest unser Zeug trägt Selbst jetzt hält es sich ewig Vor allem, da geht immer nur eins kaputt Und, ähm, dann geht die nächste Wartezeit runter Ah, jetzt brauche ich einen Flint wieder Deswegen sind Dinos auch so cool Als lebende Truhe Ich habe niemals gewusst, dass das eine Tiefkühltruhe ist, das wie Scheiße Ich bin langsam Gut, dann esse ich ein bisschen Fleisch Um leichter zu werden Ohne Scheiße, ich habe wirklich Angst, dass irgendwann mal ein T-Rex kommt und baden will Weil wenn der Badmüll wird Das passiert täglich Ja gut, solange seine Badehaube auf hat, das alles in Ordnung Dani, willst du echt mal ein Feuer beim, beim Ding direkt bauen? Ich hab's, ich mach's grad, ich mach's grad Ich hab's grad gecraftet Das ist ein bisschen angenehmer dann, glaub ich Dann nehme ich mal alles Zeug hier raus Kannst auch hinten das Feuer demolieren, äh, und hierher bringen Dann kriegst du auch die Baumaterialien zurück, normalerweise Aber wir haben's ja nicht selber gebaut Aber wir haben's ja nicht selber gebaut Oh 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 Hau mit der Axt drauf, irgendwas wird schon rauskommen Ja, mach ich auch jetzt So, ich geh auf Ehrenjagd So, soll ich das Feuer direkt neben dir machen oder am Felsen? Es ist nur kaputt gegangen Irgendwie beides, würd ich sagen, so bei Dino und Felsen Ja, so dazwischen Da, wo der, da wo der Große grad den Stein beglückt Weil genau hinter dem Felsen sieht man uns halt nicht, ne? Das find ich halt auch ziemlich nice Wisst ihr, wegen dem Licht? Ja, mach mal einfach, du schaffst es schon Warte, ich hab Holz Und frohes Fleisch Hoolz So, Miet Warum kann ich das Campfeier nicht anmachen? Dani? Was? Das Campfeier geht nicht an? Kein Holz drin Doch Nein, da ist kein Holz drin Jetzt schon Jetzt ist es Holz drin Aber ich glaub, du hast es zu sehr ins Wasser gestellt Oh mein Gott Kannst du's anmachen? Äh, nee Ja, guck, weil's zu sehr im Wasser steht Er steht gar nicht im Wasser, Alter Ja, doch, ein bisschen Stell's halt trotzdem ein paar Meter hoch So, hier, wo ich stehe Ich krieg die Krise Jetzt kann ich's nicht bauen, weil mir ein Holz fehlt Ah, nee, ich geb dir ein Holz Ah, nee, ich hab's, ich hab's, da ist der Inventory, ich hab's, hab's, hab's Ich krieg die Krise Einmal mit Profis Ja Ach gut, einmal mit Profis Affen mit Waffen Affen mit Weltraum Ja, es ist so Wobei Affen mit Weltraum gibt's ja noch nicht Wir haben ja noch keinen Space Engineers gespielt Er hat doch gespielt schon Das ist jetzt besser Ja, aber nicht aufgenommen Ja Jetzt geht's auch Ist ja unglaublich, Alter, wie realistisch das Spiel ist Aber schau mal, man sieht uns fast nicht, weil der Stein jetzt alles bedeckt, das ist richtig geil Von der anderen Seite sieht man sich Stimmt, vom anderen Ufer, stimmt Ist halt nur komisch, dass immer einer ins Wasser läuft und dann hier guckt, gell Gut, aber wir haben die Pin-Codes Oh, nicht drehen Jo, wollen wir mal wieder jagen gehen, wegen Heid Moment, ich hab noch ordentlich Heid Ich hab 78 Heid 78 Alter Wir sind jetzt in der Kiste Alter Dann hätt ich schon längst das Bett bauen können In einer der Kisten Hätt so ausgesagt Ja, Entschuldigung, ich hab nicht dran gedacht Ich drück das Vieh so sehr mit Bären voll, ne Ach, die Hälfte Ich krieg ein Kind Ich drück ein bisschen Sterne an, die mich anstrahlen Ich sag's ungern Aber wir brauchen noch mehr Mako-Bären Ohne Scheiß, wenn man Wenn man Ach, ich bin so dumm Ach, man kann sogar ins Feuer laufen und das tut nicht weh Praktisch Schau mal dann, ob du das Bett ins Wasser stellen kannst Ach, genau, das wollte ich gerade sagen Wenn das Bett ins Wasser geht, dann sind wir Helden Dann sind wir Helden, ohne Scheiße Dann können wir das bohren neben Trude und niemand sieht's Dann haben wir eigentlich das, was wir haben wollten, schon am Anfang Zack, bumm, Video veröffentlicht, zwei Tage später alles weg Ne, aber ich weiß ja keiner, auf welchem Server wir sind All 78 Heid, Junge Ja, ich hab das so mit mir rumgetragen und nicht dran gedacht Was hast du denn getötet? Ich bin eben los, hab ein paar Dubus gekillt und so Was für Klamotten du noch brauchst, Peter? Ähm, okay, ich brauche Hände und Füße Hände und Füße Ich mach die Hände, ich mach die Füße Der füttert den Dino die ganze Zeit mit seinem Mund Per Zungenkuss Ja, muss ja, muss natürlich alles vorgekaut sein, was denkst du? Ja, natürlich, und du stehst auch noch drauf Jam, 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 jam Ab und an, also, boah So, jetzt So, mit Zunge kann man schon mal machen Jetzt bin ich gespannt mit dem Bett, Alter Äh, ich bräuchte noch 30 35 Steine und 15 Heid Steine sind in der Kiste Und zwar ordentlich Steine Wenn einer an der Kiste ist, könnt ihr mir mitbringen, weil ich will jetzt nicht auch noch da hinten reinrennen Also, die, das Bett braucht erstmal den Floor Das heißt, ich muss jetzt erstmal das andere Zollcraften Ich kann den Floor machen Du kannst es, ja, kannst du es instant machen? Äh, äh, warte Woden oder normal? Was? Ich kann nur, Woden oder, oder, äh Mach einfach ein normales Ja, das ist wahrscheinlich sogar, äh Da, ja, okay, warte kurz Wo bist du denn? Ich kann nur kurz Wod und Fetch, ich bin gleich auf dem Weg Ich komme Fetch ist in der Kiste, oder? Ja, massig, massig Okay, da komme ich Komm, angesprintet Alter Ich habe noch ein Ernsthaft Ich habe noch vier oder fünf Narko-Bären Was? Nach anderthalb Stunden setze zum ersten Mal Musik in dem Spiel ein Echt? Ja Bei mir ist die immer mal wieder, glaube ich Ich bin mir gar nicht, gar nicht so sicher Oh, Pflanze Narko-Bären, Narko-Bären, komm Narko-Bären Ja, wo bist du denn? Verdammt Ich komme Ich habe noch Narko-Bären gesammelt Dani Ja? Was mir gerade so auffällt Man sieht unser Lagerfeuer sehr wohl Lagerfeuer, aber die Kisten halt nicht Was, was ploppt als letztes auf Wenn du dich, äh Das ist richtig Das müssen sie unbedingt patchen Weil das ist richtig scheiße, Alter Richtig scheiße Aber die Kisten sieht man trotzdem nicht Ja, das ist geil Wenn ihr Wasser halt Weil das Wasser ja immer da ist Hä? Irgendwie hat sich bei mir gerade die Anzeige geändert Naja Kannst du mir jetzt mal bitte das Ding basteln? Scheiße, jetzt habe ich Moment, ich ertrink gerade Ähm, ich mache gerade ganz viel Blödsinn Ja, ich merke es Ich habe ins Wasser gekackt Ja, das passt dazu Irgendwie hat sich bei mir gerade die Anzeige Irgendwie hat sich bei mir gerade das Inventar geändert Die Anzeigen und so Hä? Also ich glaube nicht, dass jemand ein Bett kaputt macht Ich würde das Bett einfach nie im Lagerfeuer machen Drückt mal Kuh Was ist das denn? Ach ja, stimmt Ah Okay Was hast du mit Kuh gemacht? Wenn du im Inventar bist und Kuh drückst Erinnern sich die Anzeigen Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, welche besser ist Ich glaube die, wo da steht, was es ist, oder? Ach, ich weiß nicht Ne, so ist es besser Ne, ich finde die andere besser eigentlich Ja, aber da steht halt nicht da, was es ist Wobei, man kann auch draufgehen Ja, dann lasse ich es jetzt mal so Plattform Oh, ich habe ein Dach gebaut Ups Hey, Juri, du machst mich gerade ruhig nicht fertig Äh, Narko-Bären Ja, wenn er mal schneller machen würde, könnte ich auch sammeln Ja, aber ich habe aus Versehen ein Dach gebaut Wie viel Fetch brauchst du? Äh, ich habe Warte Ich brauche sieben Ja, perfekt, ich habe zwölf Hier, nimm Dabei, Tim Weil dann können wir gleich Bären sammeln gehen Weil wir müssen beide jetzt mega viele nach Bären suchen Er ist jetzt wieder am Hochgehen Ja? Bei 2,75 Also so circa Drei Viertel hat er jetzt wieder Hast du es mir jetzt gebaut? Moment Also ich könnte die Plattform auch ins Wasser bauen Ja, du kannst Werf es mir doch einfach zu Weil dann kann ich es selber bauen